Der Tango hat mich immer schon fasziniert. Wenn ich diese Musik gehört habe, dann hat mich das angezogen wie so ein Magnet. Das Gefühl von Verschmelzen mit dem Partner, mit der Musik und mit quasi der ganzen Gruppe, die tanzt. Es fühlt sich an wie ein großes Wesen, was tanzt. Das ist wunderschön.